Liebe Mitglieder des Brosebaskets Business Club, ich wende mich heute mit einem Aufruf an euch. Und zwar geht es um unser tolles Projekt Freiwurf, das der Brosebaskets Business Club zusammen mit der Mediengruppe Oberfranken und der Agentur für Arbeit im letzten Jahr auf den Weg gebracht hat. Wir schauen dabei auf junge Menschen, die Schwierigkeiten haben, ins Berufsleben einzusteigen. Manchmal ist es einfach aus dem sozialen Hintergrund, aus dem bildungstechnischen Hintergrund schwierig. Wir haben aber entdeckt, dass diese Menschen voller Motivation und Tatenkraft stecken, wenn man ihnen eben etwas Hilfe gibt. Diese Hilfe geben wir ihnen in vielen Projekten. Wir haben bereits sehr erfolgreich das Speed-Dating durchgeführt mit Unternehmern, wo man sich gegenseitig kennenlernen kann, Motivationsvorträge mit Wolfgang Haider oder Trainern aus dem Nachwuchsbereich. Wir sind derzeit im Hochseigarten mit denen und bringen ihnen Teamfähigkeit bei und kriegen dort ganz tolle Rückmeldungen. Nichtsdestotrotz gibt es für einzelne Jugendliche, wo es uns immer noch nicht gelingt, sie in die Arbeitswelt zu integrieren. Und damit das zukünftig auch möglich ist, haben wir ein Programm ins Leben gerufen, zusammen mit der Caritas Bamberg und der Karitek. Und das ist das Ausbildungsmentoring. Diesen Flyer hier lege ich euch sehr ans Herz. Den könnt ihr auch gerne bei mir abrufen. Hier steht drin, was damit gemeint ist. Wir suchen Unternehmer, Führungskräfte von Unternehmen, die sich zur Verfügung stellen als Mentor für diese jungen Menschen, die im Projekt Freiwurf bereits erfolgreich dabei waren. Und es geht einfach nur darum, mit ihnen zu sprechen, ihnen zuzuhören, bei ihren Problemen, ihnen vielleicht zu helfen, auf dem Weg zur Bewerbung vielleicht überhaupt den richtigen Job zu finden, eine richtige Bewerbung zu formulieren. Und mit regelmäßigen Treffen, das ist natürlich nicht wöchentlich, sondern vielleicht alle paar Monate, und ab und zu mal ein Telefonat zu zeigen, dass da jemand ist, der ihm zur Seite steht, ihm oder ihr. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr dabei seid. Ein paar Mentoren haben wir natürlich schon gefunden. Wolfgang Heider übernimmt einen Mentee. Der Herr Wilbers von der Mediengruppe Oberfranken zum Beispiel. Und noch einige mehr. Ich selbstverständlich auch und freue mich auch sehr darauf. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich den einen oder anderen gewinnen kann von euch. Informationen gibt es direkt bei mir. Vielen Dank.